So ihr Lieben, jetzt bin ich hübsch angezogen, jetzt kann es losgehen. Willkommen in unserem neuen Video. Als erstes ziehen wir dem Kleinen doch mal das Halfte an. Ist von Lena. Mal schauen, ob es passt. Ihr seid so süß hier zwei, wenn ihr da raus schaut. Ich kann mich noch daran erinnern, da warst du so klein. So klein warst du. Du konntest gar nicht da drüber gucken. Irgendwann hat man die Öhrchen gesehen, dann so die Äuglein und jetzt kannst du hier raus gucken. Ich schaue gerade. Ja warte doch, nicht da reinbeißen. Guck mal, wie süß du aussiehst. Wie süß du aussiehst. Hey. Hey. Hallo. Kleiner Mann. Hallo. Hallo. Hören wir mal zu. Wie macht das Dressurpferd? Gib mal den Huf. Gib mal deinen Huf. Komm her. Das ist der Jucken die Zähne wieder. Du bist den ganzen Tag hier dran. Jai. Jai. Du hast angefangen, nicht ich. Wir machen gleich Videos im Sonnenuntergang. Hast du Bock? Hast du Lust? Ja? Also Lieben, wir nehmen euch auf jeden Fall jetzt gleich mit, den kleinen Mann und seine Mama und machen für euch im Sonnenuntergang Videos. Hast du auf, mir in den Finger zu beißen und dich dann beschweren, dass es nicht schmeckt? Halt. Halt. Stopp. Noch nicht. Erst kommen deine Tanten dran. So. Abmarsch. Komm. Zurück. So. Dein kleiner Mann ist ganz schön nervig. Aus. Nicht da reinbeißen. Sag mal. Du kannst nicht überall reinbeißen. Das kannst du schon, aber sollst du nicht. Hm? Ja. Beiß da rein. So. Halt. Stopp. Komm her. Na. Komm her. Ja. Komm her. So. Zurück. Hier. Perfekt. Du siehst so süß aus. Halt mal auf, überall reinbeißen. Hilfst du mir? Hilfst du mir wieder? Machen wir fertig machen? So. Genau. Schön stramm halten. Jetzt brauche ich mal ein bisschen mehr. Warte. Hallo. Schluss jetzt. Du bist schmutzig. Ach. Nein. Nein. So. Jetzt haben wir mal Hodel hier drin. So. Einmal kurz stehen bleiben, ja? Ja. Ja. Mach mal. So. So. Das ist gut, wenn der dich, äh, wenn der jetzt an dir rumknabbert und nicht an mir. Aber ich an den Bandagen. So. Aber am Euter. Ja, am Euter. Am Euter kann es aber im Knibbeln. Dann bewegt sich die Mama nämlich auch nicht. Das ist sehr gut. So. So. Kommst dir auch vor wie bei Pitstop, ne? Trinken, bandagieren. Ich hoffe, der Kleine lässt das drauf, bis wir fertig sind. Ist ihm egal. Der denkt sich, ich schau einmal niedlich und dann ist das wieder vergessen. Könnte er sogar recht haben. Willst du nicht noch was trinken? Die Milchbar ist noch eröffnet. So, ihr siehst mal so. Wir machen deinen kleinen Scheiß jetzt schön müde und dann schläft der auch ordentlich. Schmerzt mich voll ins Ohr. Ja gut, der legt sich immer da vorne hin und so zieht das heute dann weg. Ne? Ja. Was machst du da? Ja, wir haben schönen Mittagsschlaf heute gemacht. Ja. Ne? Ja. Ne? Ja. 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 Äh. Juckt? Wo juckt's denn? Hinten am Bein? Hm? kleinen halben Keks. Du bist so jung und schon voll kekssüchtig. Voll kekssüchtig bist du. So wie ein kleiner Mann hier. Okay, jetzt haben wir mal die Kalarin und dann holen wir mal die Pferde für eine Lager und dann geht's los. So wie ein kleiner Mann hier. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020